Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr wisst es, ich bin kein Anleger oder Finanzberater und ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Ja, wer Interesse hat am Day Trading, das zu lernen, das zu kopieren, gerne auf meinen AppCap Trading Kanal gucken und dann natürlich auf meinen AppCap Krypto Kanal hier alle 2-3 Tage oder auch mal jeden Tag Update zu Kryptowährungen. Aktuell hier ja natürlich Shiba Inu sehr sehr weit verbreitet, aber ab Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahre werde ich hier auch viel 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 mehr machen und vor allem auch richtig zeigen, wie trade ich Kryptowährungen, auch unbekannte Kryptowährungen, die auch mal schnell von jetzt auf gleich über 20, 30, 60% steigen. Also auf jeden Fall ein neues, schönes Projekt. Kommen wir einfach, Entschuldigung, kommen wir als nächstes natürlich auf den Chart von AMC zu sprechen, ein Minus von 3% und viele, viele, viele sind jetzt schon wieder, ja, negativ eingestellt. Nicht wegen den 3%, sondern weil es jetzt wieder heißt, der Kurs steigt mal und jetzt fällt er wieder so stark. Ich sehe das einfach ein bisschen anders, wie ich schon öfter gesagt habe. Ich glaube, das ist einfach so der letzte Versuch hier der Hedgefonds, hier noch ordentlich günstig zu versuchen rauszukommen, aber mit was die Hedgefonds, also eigentlich dumm von den Hedgefonds, aber nicht mit rechnen ist, wenn der Kurs jetzt sage ich mal auf 19, 18, 17 Euro fällt, einige vermuten ja 16 Dollar, ich und viele andere Apes werden hier ordentlich nachkaufen. Das ist bereits gestern passiert und Freitag passiert und umso weiter der Kurs hier fällt, umso mehr wird massiv nachgekauft. Das ist einfach so, denn die Apes, die weiterhin an AMC glauben, diese werden nachkaufen. Ich gehöre da auch auf jeden Fall dazu, für mich ist hier noch längst nicht alles verloren, auf gar keinen Fall, auch wenn wir jetzt über mehrere Tage hinweg einfach eine, ja wie soll ich sagen, eine negative Sache sehen, einen negativen Kurs sehen, aber ganz ehrlich Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern, an Anfang Januar, Februar ist hier wirklich der Kurs massiv nach unten gegangen, ist 50, 60% und ich habe weiterhin gehaltene. Und ja, dementsprechend, ich bin weiterhin sehr positiv gestimmt. In Dollar 23, Dollar 41, Minus von 4,45%, Volumen 31,9 Millionen, ja wird heute noch ein bisschen mehr, da ändert sich eigentlich auch nicht so viel. Auch Aktien zum Ausleihen hat sich nicht viel geändert und auch hier direkt am Anfang gab es schon richtig Volumen. Ihr seht es dann, schwächt es immer mehr ab. Ja, ansonsten, Darkpool Daten gibt es hier keine, aber hier vom heutigen Tag aktuell bei, ja 66, 67%, also hier sind wir weiterhin auch auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Und am gestrigen Tag, ihr wisst ihr, ist das Volumen über 100 Millionen und jetzt muss man sich mal vorstellen, AMC im Verhältnis zu Tesla, Amazon und so weiter, mehr Handelsvolumen als solche riesigen Unternehmen, wundert mich, dass da nicht noch mehr die Öffentlichkeit ein Auge drauf hat, aber ich glaube, so langsam die ganzen Medienberichten noch mehr darüber und vor allem, es steigen anscheinend wirklich immer mehr Leute ein, die jetzt oder bis jetzt noch gar nichts von AMC mitbekommen haben, was mich wirklich wundert, wenn man an der Börse tätig ist, aber es gibt eben welche, die konzentrieren sich, ich weiß nicht, nur auf ETFs, weil sie etwas sicherer sind als Aktien oder als AMC, natürlich jeder, jedem sein Ding, aber ich finde es einfach klasse, dass hier weiterhin immer noch sehr, sehr viele sehr, sehr bullish sind und vor allem neue Apes hinzukommen. Ja, Short Interest auch auf einem Rekordhoch, 20,27%, daran erkennt man auch, dass wir definitiv weiterhin ja auf dem richtigen Weg sind und mit dem richtigen Weg meine ich nicht, weil ich gestern auch wieder angeschrieben worden bin, ja Alex, kommt jetzt bis Freitag der Short Squeeze und so weiter, ich kann immer wieder nur sagen, der Short Squeeze kommt dann oder der Gamma Squeeze oder der enorme Kursanstieg kommt dann, wenn wir am wenigsten mit rechnen und ob er jetzt morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr kommt, kann keiner von uns wirklich vorhersehen. Aber es gibt viele Zahlen und Daten, die einfach dafür sprechen, dass hier einiges im Argen ist, dass hier wirklich einiges bevorsteht und so ein Short Interest zeigt es auch schwarz auf weiß. Und dann gab es ja die Nachricht von Adam Aaron, dass ein Gericht, ein kanadisches Gericht, hat ein Unternehmen, ein Kino-Unternehmen, Cineplex, dazu verurteilt, eine Milliarde US-Dollar Strafe zu bezahlen. Warum Adam Aaron das jetzt postet, kann ich nicht genau sagen, aber ich könnte mir denken, dass vielleicht Adam Aaron expandieren möchte oder sogar dieses Unternehmen aufkaufen möchte, denn eine Milliarde mal so schnell zu verlieren oder Straf zu bezahlen, da gehört schon einiges dazu. Und ja, vielleicht expandiert Adam Aaron, kauft ein neues oder kauft dieses Unternehmen auf, wäre auf jeden Fall das verfügbare Kapital vorhandene und wäre für die Zukunft auf jeden Fall eine nette Sache, vor allem auch verbreitet, mehr in Kanada hier Kinos zu haben. Also ich würde es gut finden, mal gucken, was da noch für News so rauskommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber es ist in meinen Augen auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass Adam Aaron dies auch postet und das macht er auf jeden Fall nicht ohne Grund. Und ihr seht auch hier die Anzeige 96,83% symbolisch, bärisch 2,26% und neutral 0,9%. Also hier soll doch mal jemand sagen, dass die ganzen Apes doof sind und so weiter. Also ja, mehr braucht man eigentlich hier gar nicht zu sagen. Und dann gab es die Meldung und zwar, ihr wisst es, Tayborn in Hongkong schließt Hedgefonds in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Es kam auch heute die Nachricht, dass Aaron Great ein anderer Hedgefonds hier das Unternehmen kauft. Ich weiß es nicht, ob es wirklich wahr ist. Da wird man wahrscheinlich jetzt erstmal in den nächsten Tagen hier weitere Informationen dazu bekommen. Aber dieses ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wichtige Nachricht in meinen Augen. Ja, weil eben hier, wenn Hedgefonds immer ein bisschen schlechter laufen, ja, auf jeden Fall mal im Vergleich zu Citadel sehr interessant wirkt. Und Frank Nitz hat natürlich hier auch wieder über Gary Gensler gesprochen. Gary Gensler, ihr wisst es, der Vorstand von der SEC, also von der Börsenaussicht. Und ich weiß, ganz, ganz viele sind hier überhaupt nicht angetan von Gary Gensler. Ich halte mich da immer noch neutral. Vor allem vielen Dank, dass ihr das letzte Mal mir auf die Sprünge geholfen habt, wem er sich ähnlich sieht. Von Simpsons, Mr. Burns, genau. Auf jeden Fall geht es hier in diesem Artikel im Prinzip darum, dass Gary Gensler sollte seinen Posten verlassen. Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre Gary Gensler. Oder stellt ihr euch vor, ihr werdet Gary Gensler. Die ganze Finanzwelt spricht von euch, zeigt Fotos von euch, macht Memes aus euren Fotos. Und immer mehr Leute sagen, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, du kannst nichts, du machst nichts und so weiter. Jetzt ist die Frage, was machst du? Wirst du den Kleinanlegern, also uns, hier jetzt helfen? Oder wirst du uns nicht helfen? Und wirst aber dein Leben lang damit abgestimmt, oder einen Stempel auf der Stirn haben. Er hat ja eine große Stirn, wo man stempeln kann. Auf jeden Fall damit konfrontiert sein, dass er nichts gegen die Hedgefonds unternimmt und gegen uns Kleinanlegern ist. Das ist so die große Frage, finde ich. Warum bin ich noch neutral? Weil ich mir einfach vorstelle, wie in Deutschland die Staatsanwaltschaft ermittelt und bevor sie eben hier entsprechend Beweise vorlegt, bleibt es erstmal hinter Tür verschlossen, bis man entsprechend die Beweise von A bis Z zusammengesucht hat. Ich glaube da noch dran, dass es so ist. Börsenrecht ist sehr, sehr komplex. Also ihr kennt vielleicht auch den einen oder anderen Film. Es ist sehr, sehr komplex. Aber irgendwann, und das muss ich Gary Gensel auch leider so sagen, ist, irgendwann verliert man eben halt die Geduld beziehungsweise den Glauben an eine Person. Und vor allem das Komische ist auch, seit zwei Wochen hält er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Also man liest nichts, man sieht nichts und so weiter. Es gibt eine Petition gegen ihn. Also ich bin gespannt. Ich glaube, wenn bald nichts passiert, ich sage mal so in den nächsten zwei, drei Monaten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einige hier sehr, 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 sehr und noch mehr sauer auf Gary Gensler sind. Und ich weiß nicht, was da der nächste Schritt ist. Aber auf jeden Fall, Gary Gensler wird die Art von Arbeit, die er aktuell macht, nicht noch viele Monate weitermachen können. Dafür ist die Öffentlichkeit hier viel zu extrem daran interessiert und guckt ihn zu sehr auf die Finger. Und ja, sollte er nichts machen, glaube ich, wird er den Posten auch nicht mehr entsprechend lange haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir hören uns morgen wieder.